Das Berliner Trinkwasser ist einwandfrei. Auch die Seen und Flüsse der Stadt werden immer sauberer. Damit das auch so bleibt, entwickeln die Berliner Wasserbetriebe ihre technischen und ökologischen Verfahren ständig weiter. Denn unsere Umwelt, Gesellschaft und gesetzlichen Vorgaben ändern sich stetig. So landen zum Beispiel immer mehr Stoffe im Abfluss, die dort nicht hineingehören. Reste von Medikamenten, Reinigungsmitteln und anderen Substanzen bleiben trotz intensiver Reinigung teilweise im Wasser zurück. In der Oberflächenwasseraufbereitungsanlage Tegel erforschen die Experten der Berliner Wasserbetriebe gemeinsam mit Universitäten und Behörden, wie sich auch geringste Rückstände von Spurenstoffen und Mikroorganismen nachweisen und herausfiltern lassen. Das sichert die hohe Trinkwasserqualität auch in Zukunft. Ebenso wird die Reinigung des Abwassers immer weiter optimiert. Bei vier Millionen Einwohnern aus Berlin und Brandenburg kommen täglich 600.000 Kubikmeter Abwasser zusammen plus Regenwasser. Obwohl die Grenzwerte für Schadstoffe in den Berliner Klärwerken unterschritten werden, finden sich mitunter Spurenstoffe im Wasser, die nicht biologisch abbaubar sind. Die Berliner Wasserbetriebe wollen mehr und mehr dieser Spurenstoffe entfernen. Deshalb wird im Klärwerk Münche-Hofe erforscht, mit welcher Technik sich die Filterleistung weiter steigern lässt. Je sauberer das Abwasser, desto besser für Mensch und Natur. Und es riecht auch besser. Was gegen Geruch aus dem Gulli hilft, das erforschen die Wasserbetriebe in ihrer deutschlandweit einzigartigen Kanalforschungsanlage. Dazu wird echtes Abwasser durch zwei lange Kanäle geleitet. Der Test von verschiedenen Zusätzen und Rohrmaterialien hat gezeigt, Eisensalze zum Beispiel sind besonders wirksam gegen Faulung. Das tut nicht nur unserer Nase gut, sondern erhöht auch die Lebensdauer der Rohre. Kostensparend und klimaschonend zugleich ist die Rückgewinnung von Wärme aus Abwasser. Diese Schwimmhalle in Berlin-Schöneberg bezieht einen Teil der Wärme aus dem nahegelegenen Abwasserkanal. Möglich machen das Wärmetauscher im Kanal und eine innovative Wärmepumpe. Sie leitet die Wärme weiter zur Fußbodenheizung, den Duschen und ins Schwimmbecken. In Zukunft setzen die Berliner Wasserbetriebe noch stärker auf erneuerbare Energien. Um den Energiebedarf der Klärwerke möglichst selbst zu decken, erzeugen sie zum Beispiel Biogas aus dem Klärschlamm, der bei der Abwasserreinigung entsteht. Weitere spannende Projekte aus dem Bereich Forschung und Entwicklung finden Sie auf unserer Webseite. Kostensparend Kostensparend